Shitenno Shitenno entführt euch in das feudale Japan des 16. Jahrhunderts. Jeder von euch ist einer von vier Shitenos, einer von vier legendären Generälen. Als solcher versucht ihr die Gunst des Shoguns zu erlangen, indem ihr eure Familienwappen in den einzelnen Provinzen unterbringt und so Punkte sammelt. In geraden Runden ist dabei immer der Spieler mit dem aktuell höchsten Rang, der sogenannte Tyro, der Älteste. Und dieser deckt immer eine bestimmte Anzahl Karten auf und stellt dann aus diesen Pakete zusammen, die er dann gemeinsam mit einem Hierarchieplättchen allen Spielern anbietet. So erhalten alle Spieler immer wieder Titel und Karten, die sie dann wiederum in ungeraden Runden einsetzen werden, um ihre Familienwappen in den Provinzen unterzubringen. Dazu muss man allerdings immer eine bestimmte Kombination an Truppen ausspielen. Und durch das Platzieren des Familienwappens erhält man immer sofort Siegpunkte und je häufiger so eine Provinz bereits umkämpft war, umso mehr Siegpunkte erhält man. Außerdem erhält man auch das oberste Bonusplättchen, wodurch man bestimmte Vorteile sofort nutzen kann. So könnt ihr zum Beispiel einmal Plus Eins zu euren Truppen dazu addieren oder einfach eine weitere Karte vom Truppenkartenstapel ziehen. Zusätzlich könnt ihr auch noch die Fähigkeiten eurer Titel einsetzen. Am Ende gibt es dann noch extra Punkte für die Mehrheiten in den einzelnen Provinzen und wer so die meisten Punkte gesammelt hat, erhält die Gunst des Shoguns. Shitenno, ein Taktikspiel mit einfachen, aber interessanten Rundenabläufen und ansprechendem Spielmaterial für zwei bis vier Spieler ab zehn Jahre. Viel Spaß beim Spielen! So nonetheless, ich bin lustig in den ersten Tag! Dieser Tag ist kein Englisch gegeben, wie Sie in den letzten Tag! So etwas war wir. So etwas war das, was ich mir nicht mache. Ich bin es wieder, ich bin es wieder zu enden, ich bin es wieder bei mir in der nächsten Tag. So etwas war wir. Vielen Dank.